Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Kosten der kieferorthopädischen Behandlungen zu 100% nur bei Patienten, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Voraussetzung ist, dass die Zahnfehlstellung in das kieferorthopädische Indikationssystem mindestens mit Schwierigkeitsstufe 3 eingeordnet werden kann. Die Beurteilung der Schwierigkeitsstufe wird bei der ersten Untersuchung durch den Kieferorthopäden festgestellt. Eine Ausnahme ist die kieferorthopädisch-kieferschirurgisch kombinierte Behandlung. Diese wird von den gesetzlichen Krankenkassen zu 100% in jedem Alter übernommen. Die privaten Versicherungen übernehmen unabhängig vom Alter des Patienten und auch unabhängig von der Schwierigkeitsstufe die Kosten für alle medizinisch indizierten kieferorthopädischen Behandlungen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017